Ist das deren Ernst? So, guten Morgen. Es ist 7 Uhr. Wir starten ein Tag. Wir hoffen, dass jetzt das Tor auch aufgeht. Klar, der Tor geht natürlich auf und wir können starten. Alpe Adria Radweg, 7 Uhr, fünfter Tag. Es geht los und wir müssen direkt hier hoch. Direkt auf der Rückseite war ja der Radweg. Wir fahren heute von Chiusa Forte bis Grado durch. Das sind 125 Kilometer und dabei nehmen wir euch jetzt mit. 7 Uhr und die Straße ist noch leicht nass. Der erste Tunnel des Tages nach einem Kilometer. Und es geht weiterhin stetig bergab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hey, blaues Wasser. Cool. Hier sieht man normal nichts, ja doch. Manchmal geht es nicht an. Ab und zu geht es nicht an. Aber auch nur ab und zu. Und am Ende des Tunnels lässt sich blauer Himmel erahnen. Ja, hier geht es erstmal nicht weiter. Wir glauben, da hinten wurde was angezeigt. Da fahren wir nochmal zurück. Hier bei Moggio ist eine Umleitung. Mal schauen. Ja, irgendwie über Venzone und so weiter. Ah ja, da steht es auch. Ja, das schaut jetzt so aus, als ob wir ein ganzes Stück zurückfahren. Hier müssen wir rechts. Dieser FVG1 ist der Alfa Adler Radweg. Jetzt müssen wir hier an der Straße entlang. Ist das deren Ernst? Oh, da bin ich mir jetzt echt unsicher. Es ist hoffentlich nur ein kurzes Stück. Naja, wir probieren das jetzt mal. Ja, also es ist keine Autobahn. Von daher ist das wohl so richtig. Wir mussten also nicht viel zurück. Stattdessen auf diese Schnellstraße. Was erstmal ein bisschen komisch gewirkt hat. Aber es scheint zu gehen. Wir mussten auch ein bisschen zurückklicken. Aber es scheint zu gehen. Hier sieht man gerade viele leerstehende Häuser. Wie diese beiden hier zum Beispiel. Es geht offensichtlich oftmals die Landesstraße entlang. Guten Tag. Mir wurde gerade geflüstert, heute sei Mittwoch. Oder? Mit welcher Intention sagst du das? Geraten. Achso. Ich dachte, du wolltest jetzt noch mehr sagen. Aber ich glaube, das stimmt. Heute ist Mittwoch. Jetzt kommen wir gerade an. Wir haben zwei Tage. Ja. Den Donnerstag und den Freitag. Und dann Samstag, weil sie da haben. Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, das stimmt. Ja. In dem Laden waren wir gerade. und wir können Cappuccino trinken. Und frühstücken. Und wer hat es entdeckt? Die Schweizerin unter uns. Die Benzone ist mal Opfer eines Erdbebens geworden und wurde komplett wieder aufgebaut, glaube ich. Wir haben einen Anstieg vor uns. Pantani. Es geht bergab. Und jetzt Abfahrt, glaube ich. Meine Bremse hat gerade ordentlich geschliffen. Während wir hier unser Fahrrad runterschieben, bin ich mir übrigens nicht mehr sicher, ob wir richtig sind. Ich habe schon länger kein Schild mehr gesehen. Mal schauen. Ja, wir haben gerade festgestellt, dass meine Komod-Tour etwas falsch war. Und jetzt sind wir im Teilstück nicht Alpha Adria Radweg gefahren. Wir melden uns dann gleich wieder, wenn wir wieder drauf sind. Ja, auch wenn der Weg jetzt falsch ist, schön ist es hier. Ja. 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 So, hallo, wir haben hier Susanne und Sven getroffen aus Mannheim. Wir haben uns die letzten Tage schon zwei, dreimal gesehen in Bad Gastein, in Willach und jetzt gerade haben wir festgestellt, dass wir heute den gleichen Weg haben bis Grado und jetzt rollen wir schon einige Kilometer und vielleicht auch noch den Rest des Tages miteinander hier rum. Ist immer wieder sehr nett, dass man andere Leute mal trifft mit dem gleichen Weg und wir kommen sogar noch aus der gleichen Ecke in Deutschland. Ich kann nur eine sagen, ich kann nur Rad fahren, aber ich kann nicht Rad fahren und erzählen oder so. Du, aber du willst nicht wundern, bei mir ist es genauso. So. 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 Es wird mediterran. So. 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 Wir haben es jetzt 12 Uhr und wir sind kurz vor Udine. Wir sind kurz vor Udine. Ah, das könnte das Fußballstadion sein da, oder? Stimmt, das könnte ja Gaccia Arena. Ja genau, wir sind schon am Dom, am Fußballdom. Wir sind im Stadtzentrum von Udine. Da ist es, wir sind im Stadtzentrum von Udine. Das ist schon ein ganzes Räulein. Das ist ja nur so ein sehr wichtiges Räulein. Da haben wir gerade ein bisschen was getrunken, hier stehen Susanne und Sven's Räder, Anne hat gerade Akku getauscht, jetzt geht es weiter, letzten 50 Kilometer bis Grado. Wir rollen wieder. Bis zum nächsten Mal. Die Sonne ist da. Bis zum nächsten Mal. Da ist die Bergstraße. Bis zum nächsten Mal. Jetzt sind wir an dieser neuneckigen Stadt. Das ist der Marium. Jetzt fahren wir auf das Stadtzentrum zu. Ich lasse die beiden hier bei links liegen und fahre zu meinem Namensvetter. Mario. Es beginnen die letzten 28 Kilometer. Dann erreichen wir Grado. Ja, vom Feeling her ein super Gefühl. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also auf den letzten 20 Kilometern ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass wir jetzt mal eine Gangschaltung wohl trägt. Ich kann nicht mehr in einen anderen Gang reingehen. Mario probiert jetzt gerade mal, ob er vielleicht da was reparieren kann. Wir schauen mal. Sonst werde ich in einer hohen Frequenz bis nach Grado trampeln. Anne strampeln. Anne strampelt sich einen ab. Mit Anne, fahr doch mal schneller. Kann doch nicht sein. So, nachdem sich Annes Gänge nicht mehr verschalten ließen, sind wir jetzt hier bei einem Fahrradladen und hoffen, dass die uns helfen können auf die Schnelle. Dann würde Anne noch mehr Smiler dazu. So, die Gangschaltung ist wieder repariert. Super. Wir haben ihn nicht wirklich verstanden, aber er hat wohl das externe Kabel ausgetauscht. Das interne war zu kompliziert. Und jetzt begeben wir uns auf die letzten Kilometer nach Grado. So, da sieht man schon das Meer. Und da ist es auch. Aquilea. Das haben wir jetzt Kilometer lang. Da ist die Eni Tankstelle mit unserem Multtransport. Grado. 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 Abschritte. Viertel. Moment. Grado. Wollt. Stig. Wollt. 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 Und jetzt bis zur Age. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind an der Aria, jupi! 940 Kilometer sind wir gefahren. Ja, jetzt bleiben wir noch zwei Tage in Grado. Wir zeigen nochmal was von Grado, was vom Campingplatz, wissen was von der Rückreise, machen Fazit. Und jetzt machen wir uns direkt auf den Weg zum Gewinnplatz. Genau, und wie ihr seht, blauer Himmel und vorne. Musik Hier verbringen wir jetzt drei Nächte. Ja, nach 150 Kilometern kann man auch mal ankommen. So, wir haben unseren Platz erreicht. Norbert war schon wohl irgendwie online den Check-In gemacht. Voll super. Das heißt, das dürfte nicht mehr lange dauern. Ja, er kommt zurück. Ich hab Glück. Wir müssen doch helfen. So war es aber auch. Hallo. Guten Morgen. Wir haben heute unseren letzten Tag in Grado. Wir reisen morgen ab und möchten das dann nochmal nutzen für ein kleines Fazit zur großen Sommerradreise. Wir möchten es nicht so machen, dass wir jetzt die beiden Radwege miteinander vergleichen. Das ist immer irgendwie blöd, sondern viel mehr an dem messen, was wir erwartet haben. Und dann können wir sagen, dass der Bodensee-Königsee-Radweg unseren Erwartungen voll entsprochen hat. Das war echt schön, durch die Berge zu fahren und durch die endlosen Wiesen vom Allgäu zum Beispiel. Das hat uns gut gefallen. Wir hatten natürlich auch sehr gutes Wetter. Das spielt auch mal eine Rolle. Beim Alpa Adria-Radweg haben wir schon ein bisschen mehr erwartet. Wahrscheinlich auch, weil wir die WDR-Dokumentation mit dem E-Bike durch die Alpen gesehen haben. Da muss man allerdings sagen, dass die öfter auch mal den Abstecher nach links oder rechts machen. Und die Dokumentation deswegen dann auch so toll wirkt. Wenn man einfach den Alpa Adria-Radweg fährt, so wie wir, dann ist es nicht so schön wie in der Dokumentation. Das muss einem einfach klar sein. Ja, aber ich denke, ab der italienischen Grenze war es wirklich wieder nochmal beeindruckend. Landschaftlich auch nochmal abwechslungsreich und auch wirklich sehr, sehr schön. Österreich hat auf uns halt nicht so gewirkt, weil das Wetter auch schlecht war. Aber gut, der eine Tag mit dem vielen Regen, der wird uns auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Und das dann gegen späten Nachmittag, die Sonne rauskam, war auch toll. Ja. Ja. Zur Ausrüstung, die E-Bikes von Riese Müller und der Sattel von Bruce und die Orly-Taschen, war alles super. Das Zelt auch. Hat alles gut gehalten, bis auf die letzten 20 Kilometer. Genau, vor gerade. Da hat Anne Schaltung dann aufgegeben und meine Bremse hat geschleift. Naja, aber wir haben schon einen Werkstatt damit. Genau, und bei fast ja jetzt sozusagen 1000 Kilometer nochmal Fahrt insgesamt, finde ich, kann das auch durchaus mal der Fall sein, dass da das ein oder andere Mal etwas hakt. Genau. Und insgesamt waren sie jetzt an die 4000 Kilometer schon. Von daher alles okay. Genau, an dieser Stelle möchten wir ganz herzlich grüßen Anna und Martin sowie Michael. Die haben wir auf dem Bodensee-Königssee-Radweg kennengelernt. Das war sehr schön mit euch, Teiletappen gemeinsam zu bestreiten. und genauso ganz viele liebe Grüße an Susanne und Sven. Auch die haben wir hier auf dem Alfa Adria-Radweg jetzt kennengelernt. Da nochmal vielen Dank. War insgesamt wirklich sehr schön mit euch. Ja, genau. Ja, das war es dann zu unserem Fazit und zur Reise. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Jetzt kommen gleich noch ein paar Bilder von der Rückreise, die euch vielleicht auch interessieren, wenn ihr die Tour mal machen möchtet. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis bald. Genau. Ciao, ciao. Guten Morgen. Tag der Abreise. Es ist jetzt 20 nach 7. Um 8.30 Uhr fährt der Bus. Wir fahren jetzt zu der Tankstelle. Vorher nochmal beim Gelddorn mal vorbei. Ich bin in unserem Bis zum nächsten Mal. Ich bin schon drei Stunden unterwegs. Kurz ein Satz zum Fahrradtransport heute. Je nach Größe der Gruppe nehmen die einen großen Reisebus, einen Mercedes Vito wie heute oder auch einen Pkw. Und haben dann entweder den Anhänger wie heute mit dabei oder bei dem großen Reisebus einen noch größeren, wo man die Fahrräder einhängen kann. So, hier sieht man nochmal das kleine Handgepäck. So, hier sieht man die Fahrräder. Wir sind jetzt angekommen in München und das ist auch relativ interessant. Um 18.10 Uhr war der Zug, der um 18.28 Uhr starten sollte, bereits abgefahren wegen Baustellen und so weiter. Vorzeitige Abfahrte. Ja, dass wir dann damit natürlich nicht mehr mitkommen, ist klar. Ja, Anne steht jetzt im Reisezentrum und schaut, dass wir einen Ersatzzug bekommen. So, nach viel hin und her haben wir uns jetzt dazu entschlossen, in München diese Nacht zu bleiben. Und fahren ab morgen, oder morgen um 4 Uhr dann weiter mit ICE und S-Bahn. Ja, das Problem war jetzt noch ganz spontan zwei Fahrräder in der Bahn mitzunehmen. Und das ist halt nicht einfach. Und deswegen haben wir jetzt das einfach so gemacht. Den Zimmerpreis werden wir wohl erstattet bekommen. Das sind jetzt 101 Euro mit Tiefgaragenstellplatz, wo die Räder sicher stehen. Ja, und jetzt sind wir so, denke ich, ganz zufrieden. Und das um 4.30 Uhr in der Früh. Und das um 4.30 Uhr in der Früh. Und das um 4.30 Uhr in der Früh. Und das um 4.30 Uhr in der Früh.